Hanna, worauf können sich die Leute freuen, die diese Radiosendung hören, die wir jetzt gerade produziert haben? Ich denke, sie können sich freuen auf seinen sehr engagierten Harry Voss, der viel zu sagen hat, der viel weiß. Zu welchem Thema? Wie man Kinder den christlichen Glauben vermitteln kann, sodass sie ihn gerne für sich übernehmen und auch gerne selber weiter glauben. Wann kommt das? Wann kann ich das hören? Die Erstausstrahlung ist am 16. November um 16 Uhr. Alles klar. Auf ERF Plus, im Radio oder im Internet, da kann man es auch jederzeit nachhören. Bin ich dabei? Ja.